In vielen Sprachen gibt es kein eigenständiges Wort für Wohnen. Im Englischen beispielsweise wird überhaupt nicht zwischen Wohnen und Leben unterschieden. Denn Wohnen ist für jeden Menschen ein Grundbedürfnis. Im deutschen Grundgesetz steht allerdings nichts von einem Recht auf angemessenes Wohnen. Und dennoch ist Wohnen ein Menschenrecht, das beispielsweise im UN-Sozialpakt fest verankert ist und das allen Menschen Rechte garantiert, die kein Staat gefährden darf und für dessen Einhaltung er sogar verantwortlich ist. In diesem Pakt wird gefordert, dass für alle Menschen genügend Wohnraum inklusive ausreichend Strom und Wasser vorhanden sein muss. Im deutschen Sozialrecht gibt es da nur ungefähre Richtwerte. Für eine Einzelperson circa 50 Quadratmeter, für vier Personen etwa 85 Quadratmeter und in einem Flüchtlingsheim sollten einem Menschen mindestens 12 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Dabei muss jede Unterkunft bezahlbar sein, ohne dass andere Grundbedürfnisse darunter leiden. Und schließlich müssen auch menschenwürdige Wohnbedingungen sichergestellt sein, wie sauberes Trinkwasser oder funktionierende sanitäre Anlagen. Angemessener Wohnraum bedeutet also, jeder hat das Recht auf eine Wohnung. Niemand darf aus seiner Wohnung vertrieben werden und die Wohnung muss für jeden finanzierbar sein. Deshalb übernimmt bei uns auch der Staat die Mietkosten für die Menschen, die sich keine Wohnung leisten können. Zum Beispiel, weil sie von Hartz IV leben müssen. Trotzdem gibt es auch in Deutschland aus menschenrechtlicher Sicht eine Menge zu tun. Seit einigen Jahren steigt die Wohnungsnot. 2016 waren 860.000 Menschen ohne Wohnung. 2016 waren 860.000 Menschen ohne Wohnung.